Die Idee hier so ein Live-Video mal zu schalten für euch, weil wir mitgekriegt haben, dass nach dem Toilettenpapier ja Mehl an zweiter Stelle lag, weil die bunkert wurde und viele Leute jetzt Mehl vielleicht zu Hause haben und nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen können. Deshalb werden wir nachher mit euch hier Hefeteig backen, versuchen das einfach zu erklären, dass da jeder vielleicht auch mitmachen kann. Als erstes würde ich vielleicht nochmal das Team so ein bisschen vorstellen von der Technik. Hinten ist der Stefan, mit dem hat man zusammen die Idee, das zu machen und der Sascha, der zweite Part von der Technik. Alles klar, alles Lokalmatadoren hier, mit denen wir über viele Jahre schon ein bisschen zusammenarbeiten und jetzt starten wir hier unseren Livestream. Genau, genau. So, was brauchen wir eigentlich für diese Hefeteige, die wir hier heute machen? Genau, wir haben schon mal alles vorbereitet, was wir brauchen. Die Mengenangaben und die Zutaten findet man auch auf unserer Internetseite www.bäcker-liese.de. Da kann man dann nochmal nachlesen, wie viel von was man braucht. Und zwar haben wir da einmal Weizenmehl hier, ein Kilo, also eine Packung quasi schon mal abgewogen. Da kann man alternativ auch Dinkelmehl nehmen, ein helles Vollkornmehl wird wahrscheinlich nicht ganz so schön, also ein helles Mehl einfach. Dann haben wir hier Zucker, einmal 150 Gramm. Vier Eier, 250 Gramm Butter, Salz, ein kleines bisschen kommt dann noch dazu. Dann ein bisschen Zitronenschale, das haben wir hier schon mit vorbereitet. Dann brauchen wir einen Würfel Hefe, die ja auch ein teures Gut geworden ist. Und dann Milch, 350 Milliliter. Und dann je nach Geschmack noch einige Beigaben. Wir haben hier Sultanin, Zitronat, Orangiat. Genau. Und dann ein kleines bisschen Orangensaft, um diese Trockenfrüchte einzuweichen. Da kann man aber auch je nach Geschmack was anderes nehmen. Kurze Info an die Technik. Ich habe hier gerade gelesen, sehr leise oder Ton funktioniert nicht richtig. Habt ihr da Probleme noch? Wir haben es eigentlich voll auf. Ja, voll auf, okay. Wir müssen lauter reden. Ja, wir reden vielleicht ein bisschen lauter und hoffen, dass ihr uns jetzt vielleicht versteht. Genau. Jetzt als erstes ist wichtig, dass wir am Vortag eigentlich schon die Früchte, die wir denn für dieses Osterbrot brauchen, dass wir die einweichen. Wir haben hier Sultanin genommen. Wir haben Orangiat, Zitronat. Und wir haben hier ein bisschen Zitronenschalenpaste. Da kann man auch eine abgeriebene Zitrone nehmen, aber eine unbehandelte. Und die Sachen werden am Tag vorher hier zusammen in eine Schüssel getan. Dann haben wir jetzt Orangensaft genommen. Aber ihr könnt auch irgendwo anderen Saft nehmen oder einen Wein nehmen oder Alkoholika nehmen. Wichtig ist, dass es halt eingeweicht wird. Weil das hat den Grund, dass wir die Feuchtigkeit, das sind ja alles Trockenfrüchte, man kann auch Mandeln und Nüsse noch mit dazu machen. Die müssen halt Feuchtigkeit wieder aufnehmen, damit die am Ende nicht im Gebäck das Wasser rausziehen, dass es nachher sehr trocken ist. So, das haben wir schon am Tag vorher gemacht. Ja, kommt immer noch die Info, dass wir sehr leise sind irgendwie. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen lauter. Ansonsten versuchen wir jetzt ein bisschen lauter zu sprechen. So, wir werden jetzt das Hefestück ansetzen. Also wir haben hier so einen Würfel Hefe, das sind 42 Gramm. Die haben wir auf ein Kilo Mehl berechnet. Das sind ungefähr 4 Prozent. Wir nehmen jetzt die komplette Menge Hefe und nehmen dafür dann ein Teil vom Mehl. Wir nehmen jetzt mal 250 Gramm, also ein Viertel des Mehls. Ungefähr. Achso, und die Milch noch. Und ein Teil der Milch kommt auch gleich dazu. Wir nehmen jetzt hier mal 150 Milliliter. Das wird jetzt alles miteinander. Kleiner Tipp noch, die Milch sollte vielleicht zumindest Raumtemperatur haben. Ansonsten kann die leicht warm sein. Nicht zu heiß, aber so 35 Grad wären eigentlich so ideal. Das wird jetzt alles miteinander vermischt. Und das ist eines der wichtigsten Sachen, wenn man Hefeteig herstellt, dass man vorher einen Teil des Mehles mit der Hefe vermengt, dass die Hefe anfängt einfach schon mal zu starten. Weil wir haben doch relativ schwere Zutaten da drin. Wir haben nachher noch Sultaninen und Mandeln und sowas da drin. Und dadurch muss die Hefe doch ziemlich stark arbeiten. Und deshalb muss sie am Anfang so ein bisschen erst mal sich vermehren. Ich glaube, wir haben immer noch ein bisschen Probleme mit dem Ton leider. Vielleicht kriegen wir das noch mal hin. Wir arbeiten da dran am Ton. Das ist alles halt live und das erste Mal. Wir hatten noch keine Generalprobe, die wir heute geschafft haben, weil wir den Laden offen hatten, gerade bis 18 Uhr. Und dieses Hefestück hier, das müsst ihr einfach nur gut verkneten, dass das Mehl sozusagen nicht mehr zu sehen ist. Okay, sieht gut aus. Laut genug sehe ich gerade beim nächsten. Vielleicht liest du an den Bildschirmeinstellungen oder am Fernseher bei den Leuten ein bisschen. Ja, ihr könnt euch, ich gucke hier nebenbei immer auf den Bildschirm. Ihr könnt uns gerne auch zwischendurch Fragen stellen. Ich versuche, die immer zu beantworten. Ansonsten haben wir auch eine E-Mail-Adresse, an die man mal eine Mail schicken kann. Und dann werde ich im Nachgang versuchen, die Fragen auch zu beantworten. Wenn er mir eine Telefonnummer da reinschreibt, dann bin ich auch gerne bereit, da anzurufen, weil manchmal macht sich das auch besser, mal kurz zu telefonieren. Wie gesagt, das ist das Hefestück hier. So, und das muss jetzt so ungefähr eine Stunde ruhen. Wir haben das natürlich hier alle schon mal so ein bisschen vorbereitet. Und Jule, hol mal das Hefestück, was wir im Prinzip schon vor einer Stunde gemacht haben. Dann seht ihr mal den Unterschied. Also hier seht ihr diese Volumen. Das ist ja eigentlich schon fast verdreifacht inzwischen. So muss das nach einer Stunde ungefähr aussehen. Ja, jetzt lassen wir den eine Stunde ruhen. Wir arbeiten aber gleich weiter, weil wir ja hier auch ein bisschen die Zeit nicht zu lang werden lassen. Jetzt nehmen wir dieses Hefestück und dann kommen ein Teil der anderen Zutaten dazu. Dann nehmen wir jetzt hier das Hefestück raus. Ton und Bild gut sehe ich jetzt. Also wir haben die Technikprobleme jetzt im Griff. Jawohl! So, also das Hefestück, das kann auch wieder zusammenfallen so ein bisschen, ist nicht so schlimm. Also da haben sich jetzt diese Hefepilze, die haben sich jetzt hier schön vermehrt. Die feiern jetzt drin wahrscheinlich eine schöne Party. Die sind halt richtig im Gange. Was wir jetzt dazu machen, ist der Rest vom Mehl. Kommt jetzt dazu. Was jetzt dann noch dazu kommt, ist der Zucker. Da tun wir außerdem noch ein bisschen Vanillezucker dazu. Beziehungsweise man kann entweder eben hier so ein Tütchen nehmen oder wir haben hier so ein Extrakt, den man dazu geben kann. Ist letztlich egal, ist einfach nur für den Geschmack. Genau, wie gesagt, ansonsten abgeriebenes Zitrone haben wir immer in den Früchten mit drin. Die könnt ihr aber auch Zitrone reinreiben, das ist gar kein Problem. Dann die Eier noch dazu. Dann kommen die Eier dazu und dann kommt noch der Rest von der Milch dazu. Das sind jetzt, was hat man da, 200? 200, nee, 150 sind schon raus. 200, oder wie steht's? Das müssen wir noch 200. Genau, 200 Milliliter Milch noch dazu. Was wir jetzt machen, die Butter zum Beispiel, die lassen wir jetzt erstmal noch draußen. Wir machen die Teige hier komplett mit der Hand. Wir haben bewusst jetzt keine Maschinen genommen, weil jeder hat auch nicht eine Küchenmaschine zu Hause. Da gibt es die dölfsten Geräte. Wir wollen nicht aber zeigen, wie man den Teig einfach wirklich ganz einfach mit der Hand selber machen kann. Das Entscheidende ist im Endeffekt die Zeit. Also was wir jetzt hier machen, bis die Sachen aus dem Ofen kommen, wir haben es halt vormittag schon mal getestet, das dauert ungefähr fünf Stunden, dass am Ende ein gutes Produkt rauskommt. Deshalb ist Backung halt einfach immer eine Sache vom Zeitmanagement. Und wichtig ist, dass wir die Sachen jetzt hier miteinander vermixen, sodass sozusagen, wir lassen mal das Hefenstück hier noch in der Mitte, dass ja erstmal die Flüssigkeit hier mit dem Rest von der Milch sich verbindet. Ja, man ist natürlich nicht fünf Stunden die ganze Zeit beschäftigt, sondern die meiste Zeit arbeitet eben der Teig für einen. Und man kann was anderes machen, aber dazwischen muss man eben sich immer wieder drum kümmern. Ich versuche das immer mit einer Hand zu machen, dann hat man die zweite Hand einfach frei. Man kann natürlich da auch mit beiden Händen reingehen, wenn man da vielleicht die Kraft nicht so hat. Das ist jetzt auch vom Kilo Mehl, man kann das natürlich auch alles mit der Hälfte machen, weil hier wird am Ende schon, kommen da schon ein paar Produkte bei raus. Das ist natürlich schon relativ viel, aber wie gesagt, das kann man auch mit einem halben Kilo Mehl machen, wenn man eigentlich alles halbiert. So, und jetzt machen wir eigentlich gar nicht mehr so viel und lassen den Teig dann einfach ruhen, weil wir mischen das hier wirklich nur so zusammen. Und wir werden nachher sehen, wie der über die Stehzeit, wird das eigentlich wirklich nachher ein schöner Teig. Hier seht ihr einfach, hier sieht man noch das Ei ein bisschen, hier sieht man noch das Hefestück. Das ist alles noch nicht so ganz vermengt, da brauchen wir auch keinen Stress machen, sondern wir lassen es einfach mal ein bisschen stehen, das ist überhaupt kein Problem, weil die Zeit arbeitet für uns und wie Jule schon gesagt hat, kann man das sozusagen einfach in seinen Tag einbauen. Also man fängt einfach morgens an, dann macht man diese einzelnen Schritte, dazwischen hat man mal eine Stunde Zeit, kann man sich mit anderen Sachen beschäftigen, ist auch ziemlich entspannt so weit. Also ich als Bäcker, der das jetzt 30 Jahre macht, für den ist natürlich tägliche Arbeit, aber ich frage mich natürlich, warum viele Leute inzwischen vom Hobby her backen und so weiter und viele besteht ihn halt, weil es einfach so eine entspannende Tätigkeit ist, beziehungsweise auch so eine sinnstiftende Tätigkeit, weil wir am Ende des Tages halt genau sehen, was wir gemacht haben. So, den lassen wir jetzt hier einfach ruhen. Ich würde sagen, dass man den jetzt so ungefähr 15 Minuten stehen lässt und dann kommt die Butter dazu. Das würden wir jetzt nochmal beschleunigen, weil wir das schon mal gemacht haben. Also wie gesagt, keine Angst, dass der hier noch nicht glatt ist. Ein bisschen abdecken halt, damit der nicht ausfällt. Genau, das ist wichtig, dass man einfach am besten Handtuch oder irgendwas nimmt und den einfach abdeckt. Man kann da auch eine Folie rüberziehen. Den vielleicht auch nicht an zu kaltem Ort stellen, aber auch nicht zu warm. Also eigentlich so Küche, gut Raumtemperatur ist eigentlich völlig ausreichend. Wenn der jetzt so eine Viertelstunde gestanden hat, dann können wir hier die Butter reinmachen. Und die Butter hat halt die Eigenschaft, dass das einmal den Teig geschmeidiger macht, aber halt auch ein bisschen gärhemmt wird. Also die Hefe sozusagen, die arbeitet ein bisschen schlechter, wenn mehr Butter im Teig ist. Deshalb ist es eigentlich sinnvoller, die Butter einfach ein bisschen später dazu zu geben. Dass die Hefe eine gute Chance hat, vorher zu arbeiten. Und was man jetzt noch machen kann, ist im Prinzip, jetzt muss man das natürlich gucken, welches Mehl man hat. Wir haben jetzt hier einen Weizmehl-Type 55 aus unserer Bäckerei. Man kann Dinkelmehl nehmen, 36. Und jedes Mehl verhält sich immer ein bisschen anders. Und daher muss man diese Festigkeit immer ein bisschen einstellen, sagen wir. Also man kann hier zum Beispiel sagen, okay, der ist mir noch ein bisschen weich. Mache ich noch ein bisschen Mehl dazu. Und das muss man halt so ein bisschen im Gefühl haben. Und deshalb ist es wichtig, wenn man die Teige einfach zwischendurch mal stehen lässt eine Weile, dann ziehen die auch wieder die Feuchtigkeit an, die Quellen. Und dem Moment ist ja auch nicht mehr so klebrig, weil die meisten haben jetzt Angst zu sagen, ah, der klebt hier und da, das wird gar nichts. Einfach, kleiner Tipp, einfach manchmal ein bisschen stehen lassen. Und dann entwickelt sich der Teig. Und was auch wirklich gut dabei ist, wenn diese Teige einfach eine Weile stehen, dass die wirklich am Ende eine gute Struktur bekommen. Und vor allem, dass wir mit relativ wenig Hefe arbeiten. Also wir haben jetzt mit 42 Gramm aufs Kilo Mehl gearbeitet. Wenn man oft so Haushaltsempfehlungen liest, dann sieht man, dass 500 Gramm Mehl oft für 42 Gramm Hefe reichen. Und wir haben jetzt hier schon die Hälfte genommen. Was man auch machen kann, werden wir nachher vielleicht nochmal erklären, dass man diesen Teig einfach am Tag vorher macht, am Abend, und stellt den über Nacht in die Kühlung, nimmt den morgens raus, verknetet den nochmal und arbeitet weiter. Dann bitte nochmal die Hefe um die Hälfte reduzieren. So, jetzt lassen wir den wieder stehen und holen mal die nächste Stufe. So, jetzt ist es ungefähr so eine Viertelstunde, 20 Minuten später. Der Teig ist auch schon gut gegangen. Das seht ihr jetzt selber. Der ist jetzt auch relativ weich. Jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken. Da hat schon jemand geantwortet. Ja, wäre schön, wenn man es später in Ruhe unter Unterbrechung schauen könnte. Das ist natürlich klar, dass das nachher jederzeit im Netz drin bleibt und ihr das in Ruhe nochmal schauen könnt. Und jetzt machen wir einfach nochmal ein bisschen Mehl dazu. Oft wird man nach so einem idealen Rezept gefragt und eigentlich ist das ideale Rezept für mich immer die passende Wasser- und Zutatenmenge aufs Mehl. Also da gibt es immer kein Geheimnis. Es gibt so ein Grundverhältnis, was wir haben. Aufs Kilo Mehl haben wir 150 Gramm Zucker. Man kann halt ein bisschen mehr oder weniger nehmen. Wir haben jetzt vier Eier dazu, da kann man auch mehr oder weniger nehmen. Wir haben Butter, haben wir 250, also 25 Prozent. Da kann man auch 30 Prozent nehmen oder weniger. Das muss man halt einfach nach Geschmack und Belieben machen. Gude, du bist ja auch Veganerin. Vielleicht hast du noch ein paar Tipps, wie man das mit Butter und Eiern macht. Genau, wir haben vorhin kurz darüber geredet, wie man das vielleicht als vegane Variante machen kann, weil wir hier im Laden ja auch einige vegane Backwaren haben. Und tatsächlich kann man bei einem Hefeteig die Eier relativ gut weglassen. Also es ist dann trotzdem so, dass der Teig noch zusammenhält. Aber geschmacklich gibt es natürlich ein bisschen einen Unterschied. Man kann höchstens ein bisschen Apfelmus zum Beispiel mit reingeben. Das ist auch für die Feuchthaltung nochmal gut. Und Milch und Butter kann man ja recht einfach eben durch Margarine und irgendeine Art von pflanzlicher Milch ersetzen. Das ist eigentlich relativ einfach möglich. Da braucht man natürlich ein bisschen mehr von dann, weil die Eier ja auch Flüssigkeit beinhalten. Aber letztlich lässt sich das Rezept auch relativ leicht ohne Eier, Butter und Milch machen. Genau, also wie gesagt, Abwandlungen sind ja jederzeit möglich. Was wir jetzt machen, ich habe das hier schon mal geteilt. Wir werden die Hälfte von dem Teig mit Früchten machen und die andere Hälfte lassen wir pur. Jetzt werden wir hier mal 250 Gramm von der Früchte-Mischung. Wir haben das am Tag vorher eingeweicht. Wir haben jetzt hier auch nochmal Mandel mit drin. Mach es mal 250 Gramm. Das kann man halt so einfach machen, wie man das möchte. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt die einfach gerne hier in den Chat. Ich gucke da mal mal rauf, dann können wir das auch schon beantworten. Wie gesagt, was wir euch absolut nehmen wollen, ist so die Angst vor diesen Hefeteigen. Also das habe ich heute auch im Laden gehabt mit ein paar Kunden. Wie gesagt, bei mir wird das immer nichts. Das sind die entscheidenden Sachen, die wir am Anfang gemacht haben. Hier einfach mit diesem Hefestück, dass das eine Stunde vorher gehen muss. Das ist halt mit einem Teil vom Mehl und nicht mit allem. Und dann haben wir schon einen guten Start. Und wenn wir jetzt sozusagen uns einfach Zeit lassen und das gut vermischen. Also klar kneten wir hier auch mit der Hand relativ intensiv. Aber man braucht hier nicht immer unbedingt eine Maschine. Sondern das kann man wirklich gut mit der Hand machen. Hier wird der Teig wieder ein bisschen feuchter durch die Früchte, weil ja doch ein bisschen Flüssigkeit noch da ist. Und deshalb lassen wir den Teig dann am Ende auch wieder noch ein bisschen stehen, dass der entsprechend noch mal so ein bisschen die Feuchtigkeit aufnehmen kann. Oder man macht halt noch mal ein bisschen Mehl dazu. Das muss man so ein bisschen im Gefühl haben. Jetzt sind wir so ein Tuch noch mal holen. So, ein bisschen aufräumen. Genau, den Teig legen wir uns mal hier oben hin. Wir lesen gerade, die veganen Tipps waren gut. Das ist halt immer schön, wenn man da auch eine Alternative hat. Ich persönlich bin nicht so ein bisschen der Freund von den Margarinen, aber man kann das ja auch mit Pflanzenölen machen. Weil Margarinen sind oft halt gerade, wenn man die konventionell noch nicht die Bio kauft, dann sind da halt sehr viele Zusatzstoffe drin. Immogatoren und so, die denen da vielleicht aus meiner Sicht nicht so reingehören. So, jetzt haben wir hier noch den Teig ohne. Jetzt seht ihr schon selber, wie der sozusagen eine schöne Struktur hat, obwohl der nicht extrem viel geknetet ist. Also wenn man so einen Teig mit der Maschine knetet, dann braucht man da 5, 6 Minuten dafür. Und wir haben jetzt einfach, ich sage mal, das ist ein Teig, wie der eigentlich so nach 1,5 bis 2 Stunden aussieht. Den haben wir halt vorhin schon vorbereitet. Und entsprechend kann man den hier noch mal auf den Tisch. So ein bisschen kneten. So, jetzt ist der eigentlich schon relativ gut. Jetzt geben wir dem auch noch mal eine kleine Pause. Wir würden jetzt schon mal die Sachen zeigen, die dann eigentlich nachher rauskommen, weil wir haben jetzt noch ein bisschen Pause. Juli, holst du mal die Sachen, die wir heute schon gebacken haben. Dann seht ihr schon mal, wie das Endergebnis aussehen soll. Ich hole dich mal mehr mal rüber. Und zwar werden wir die verschiedenen Sachen gleich machen. Genau. Das sind die Sachen, die wir jetzt hier gemacht haben. Ich hatte in der Vorankündigung auch geschrieben, dass man auch eine Kuchenform nehmen kann. Das wäre das Einfachste, dass man diesen Teig hier, den mit Rosinen und Früchten, dass man den sozusagen teilt und dass man den sozusagen einfach in eine Kuchenform macht und den dann einfach backt. Das wäre die einfache Variante. Wenn man so ein bisschen ausprobieren will, kann man natürlich hier daraus im Prinzip den so freigeschoben machen. Also einfach als Stück oben eingeschnitten. Das Nächstes, was wir nachher noch machen werden, ist so ein Viererzopf, so als Osterzopf. Und was wir denn halt aus dem Ohne-Zutaten machen können, sind so verschiedene Flechtformen. Das ist auch nochmal der Viererzopf, das ist hier ein Dreierzopf. Und das ist so ein Einstrangzopf. Das zeigen wir euch auch gleich noch, wie man das entsprechend machen kann. Kannst du dir mal das Hefestück holen nochmal? So, jetzt zeigen wir euch mal das Hefestück. Das haben wir jetzt so vor 20 Minuten gemacht. Ist jetzt auch schon gut gegangen. Ihr seht ja schon, dass es entsprechend so die Hälfte fast rum hat von der Stehzeit. Volumen ist schon so um 40 Prozent, denke ich mal, gestiegen. Und das ist, wie gesagt, eins der wichtigen Sachen. Und das muss man halt zwischendurch auch immer abdecken. Das ist wahrscheinlich wichtig, dass das jetzt nicht verhautet, weil wenn das oben so eine Haut kriegt, ist das wirklich nicht gut. So, jetzt werden wir uns hier mal an den Teig weiter machen. Wir teilen uns mal diesen Teig. Also das ist wirklich relativ viel. Ich glaube, wir können es hier mal auflegen. Wir haben jetzt hier 1250 Gramm Teig ungefähr. Wenn wir den teilen, dann haben wir hier so gut 600 Gramm. Den formen wir entsprechend erstmal rund. Hier kommt eine Frage rein, soll das so dunkel sein und warum? Die Sachen, die wir jetzt gebacken haben, also ich persönlich fand die jetzt nicht sehr dunkel. Die sind halt gebacken und nicht gekocht, sage ich immer. Wir haben hier einen Steinbackofen bei uns im Laden. Der backt schon relativ kräftig. Und die Farbe kommt halt auch davon, zeigen wir euch nachher, dass man das vorher mit Ei und Milch abstreicht. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, beim Backen, vorhin der Ofen, wir haben einen relativ großen Ofen und da war halt nur ein Blech drin. Dann ist immer die Gefahr, dass es vielleicht ein klein bisschen zu dunkel wird. Aber das kann man zu Hause eigentlich gut einstellen. Hier haben wir jetzt den Teig ohne, den anderen decken wir hier nochmal ab. Den werden wir jetzt entsprechend auch nochmal teilen. Ich würde sagen, Jule, hier können wir mal gleich so 100 Gramm Stücke abfüllen. Also der ist jetzt auch wunderbar trocken auch, also nicht mehr so klebrig. Jetzt füllen wir da so 100 Gramm Stücke ab. Das machen wir entsprechend rund. Das wären jetzt zum einen die Stränge für die Zöpfe. Also da gibt es verschiedene Methoden, also ich habe es jetzt einmal so gemacht. Da macht man so eine hohle Hand und dann macht man das rund. Man kann das natürlich auch ein bisschen so machen. Da muss man sich halt ausprobieren, weil es ein besser oder Jule macht es so mit der Hand. Also kann man auch machen. Entscheidend ist, dass sie halt rund werden und dass sie oben die Oberfläche nicht reißt. Also da steht öfter schon mal die Farbe, wenn man das so doll macht. Die kann es ja mal machen. Wenn ich jetzt hier einfach zu doll da rumwerkele, dann reißt sie hier oben die Oberfläche ein bisschen ein. Das sollte dann eigentlich nicht so sein. Die lassen wir jetzt auch noch einen Moment entspannen. Dann kümmern wir uns jetzt nochmal um die hier. Wichtig ist halt zwischendurch immer ruhig mit dem Tuch abdecken, damit die einfach keine Haut kriegen. Das ist so wichtig. Kommt immer darauf an, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Das ist auch für uns ein Problem. Sommer, Winter, also im Winter haben wir eher ein Problem, das ist ein bisschen trockener ist die Luft. Und im Sommer, so im Juni haben wir oft die Probleme, dass es sehr feucht ist. Dann haben wir auch Kundenbeschwerden, wenn so Brötchen sehr pappig sind. Aber das ist halt oft ein Problem bei der Luftfeuchtigkeit. So, und jetzt machen wir hier im Prinzip so Strenge draus. Vier Stück, weil wir jetzt einen Vierer Zopf machen. Wichtig ist auch, die nicht in einem Stück lang machen, sondern zwischendurch ein bisschen entspannen lassen. Sonst reicht das einfach. Das ist relativ schwierig. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Platz. Das brauchen wir nicht mehr. Genau, das brauchen wir nicht mehr. Ein bisschen Platz haben. Genau, wieder abdecken. Wie gesagt, da geht einfach ein normales Küchentuch. Das ist alles nicht so zu große Problem. So, und jetzt werden wir euch mal einen Vierer Zopf zeigen. Dann machen wir halt im Prinzip hier solche Längen. Dann legen wir die so über Kreuz. Genau, jetzt versuche ich es relativ langsam zu machen, dass ihr das seht. Also hier in der Mitte zusammen, das ist über Kreuz. Und jetzt werden immer die beiden Längen, werden immer so und so übergeschlagen. Wichtig dabei ist, dass ich immer die Hände gleich halte. Also immer, wenn ich hier mit der linken Hand vorbeigehe, muss ich hier mit der rechten hoch. Und das muss wieder beim nächsten Mal auch so sein. Und hier genauso mit unten und oben. Weil wenn man das verdreht, dann sieht der Zopf wirklich schief aus. Also hier anfassen. Einmal so rüber drehen. Dann hier einmal rüber. Wie gesagt, der bleibt wieder links und der wieder rechts. Der wieder unten und der wieder oben. Das ist ganz wichtig. Hier genauso. Das Ende, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das hier gut beieinander bekommt. Genau. Dann haben wir das schon mal fertig. Ja, es gibt da sehr gute YouTube-Videos zu diesen Flecht-Techniken. Wo die sehr schön erklären, wie genau und noch mal ganz langsam. Also wenn das zu schnell ging, man kann da gut noch mal nachgucken, noch mal üben, noch mal probieren. Wenn es nicht so schön wird, erst mal. Den zweiten mit den Früchten, den werden wir einfach nur als Brot machen. Den formen wir hier einfach nur ein bisschen lang. Wichtig ist, dass der so eine Oberflächenspannung kriegt. Deshalb schlagen wir den Teig hier ein bisschen ein. Sozusagen. Dass der, wichtig ist, dass der hier so eine Spannung hat und so aussieht und nicht so irgendwie so da liegt. Das ist einfach nochmal wichtig. Und jetzt machen wir hier nochmal die, genau, du packst die schon mal rüber auf das Blech. Jetzt haben wir diese anderen Teigstücke, die schlagen wir auch noch mal ein bisschen ein. Der Teig ist doch noch ein bisschen weich hier. Jetzt machen wir erstmal einen Strangzopf nochmal. Also da muss man hier ungefähr so eine Länge haben. Wichtig ist auch, die Enden gleichzeitig dick, also nicht spitze am Ende wie eben, sondern gerade. Und jetzt zeigen wir euch, wie man aus einem Strang hier auch mal einen Zopf flechten kann. Ein bisschen länger noch. Also wir drehen es einfach hier rum. Dann geht der hier rüber, geht hier unten durch. Wird einmal gedreht und geht oben nochmal rein. Ich hoffe, es war langsam genug. Und ich mach's Jule nochmal. Ich weiß es auch nicht mehr. Erstmal so. Nee. Ich mach's nochmal so. Ja, hier ist ein bisschen, wir müssen uns rufpassen. Bisschen ungleich. Ich mach's nochmal neu. Also wenn das mal passiert, ist auch nicht so schlimm, da kann man es nochmal anmachen. Also im Prinzip. Und jetzt nochmal hier ranlegen. Also ungefähr sozusagen auf der, hier im oberen, also ungefähr dreigeteilt. Ungefähr im ersten Drittel. Hier eben auch einmal oben hoch. Dann hier einmal unten durch. Dann legt man es, dann dreht man es hier unten um, dass der von oben nochmal reinkommt. Das ist einfach so, dass, was wir auch mal machen können, das haben wir jetzt heute früh nicht gemacht. Aber wir können mal so einen einfachen Knoten machen. Habt ihr den schon mal gemacht? Dann machen wir jetzt einfach mal einen Knoten. Da brauchen wir ungefähr, also nicht ganz so lang wie den. Und hier ist jetzt wichtig, genau, hier drehen wir es rüber, haben das einfach, schlagen uns das hier einfach über die Finger mal rüber. Und hier ist wichtig, dass wir den oberen, also von oben rein, den anderen ziehen wir eigentlich unten drüber und knelfen es hier unten zusammen und drehen es wieder um. Und das ist ja im Prinzip so ein Knoten. Wichtig ist, dass der gleichmäßig ist. Also dass das hier, bei dir war es nicht ganz so gleichmäßig. Machen wir mal neu. Machen wir mal neu. Hier machen wir auf jeden Fall noch einen Dreierzopf draus. Das ist ja. Also einfacher. So eine Vierer haben wir gezeigt, dann machen wir ruhig den mal die Knoten weiter. Oder wir machen noch einen Dreier, oder? Genau, ich komme gerade rein, also Video wird gespeichert, kein Problem, kommen die hinterher, Teig muss das gehen. Also das ist einfach nochmal ein Tipp an euch, wir sind jetzt hier einfach relativ schnell, wir wollten ja kein 4 Stunden Video drehen, deshalb haben wir die Sache beschleunigt. Also diese Ruhephasen zwischendurch, die haben wir hier wirklich vorweggenommen, also weil wir einfach vorbereitet waren. Ihr könnt diese Teige zwischendurch wirklich liegen lassen, ihr merkt, der wird, der klebt noch, lasst ihn einfach liegen, gebt ihr nochmal Mehl dazu, macht da Pausen zwischen von einer halben Stunde oder Viertelstunde, knetet ihn weiter. Also kein Stress wollen wir euch verbreiten. Guckt euch das Video hinterher auch nochmal Ruhe an. Also wenn ihr das jetzt mit angefangen habt, bis ihr die Sachen nachher aus dem Ofen holt, das wird schon relativ spät, das wird bestimmt 23, 24 Uhr heute. Oder ihr macht das halt wirklich an Ostern, Karfreitag ist zu, da habt ihr auch Zeit oder am Samstag, also es ist ja kein Problem. Wichtig ist immer, dass die hier relativ gleichmäßig gerollt werden. Das ist auch so ein Tipp, also nicht unbedingt so rollen, weil dann hat man die Abdrücke von den Fingern, sondern man rollt immer so ein bisschen quer, dass man sozusagen mit den Fingern hier so rüber geht, dass man hier das relativ gleichmäßig hat. Und dann ruhig nur ein bisschen, ganz ein bisschen Mehl, ganz ein bisschen, weil sonst klebt es. Achso, jetzt machen wir den Knoten nochmal oder den Einstrang. Wir machen nochmal den Einstrang, weil die hier ein bisschen länger sind und dann machen wir nachher nochmal die Knoten. Also der Einstrang nochmal, das war hier, jetzt ungefähr drüttelt, geht hier rüber, geht hier durch, wird nochmal gedreht und kommt von oben rein. War schon wieder zu schnell. Das war der Anfang war schon gut, jetzt gehst du hier unten durch, drehst du es einmal, entscheiden, dass hier diese Drehung, dass man sie in die richtige Richtung dreht. Sonst wird es nicht. Ja. So, jetzt machen wir nochmal die Knoten. Bei den Knoten halt nicht ganz so lang wie eben. Also der Teig ist jetzt wirklich gut, ich gucke jetzt auf die Uhr, 18.30 Uhr ist es ungefähr durch, also den haben wir ungefähr um 16 Uhr angesetzt. Dann ist der so weit, wie er jetzt hier ist, so einfach schön trocken und schön geschmeidig. Gut, reicht von der Länge, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen, klein bisschen Mehl. Ja. Und jetzt machen wir es nochmal langsam, also hier im Prinzip so durch, dass man hier den Finger genau hat. Dann hier oben durch, den oben durch, genau. Ja. Und dann den anderen hier, aber hier muss man aufpassen, genau da rum, genau, damit das hier gleichmäßig ist und dann unten zusammenkneifen. Wichtig ist, dass das hier ungefähr gleich lang ist. Alle Drittel gleich groß sind, damit es gleichmäßig aussieht. Ja, das ist gut, genau. Ja. Okay, gut. Jetzt machen wir nochmal Dreier zuf. Ich falte das so ein bisschen zusammen, dass der einfach Spannung bekommt, damit der nicht so rutscht, auch vor allem. Wichtig ist auch ein kleiner Tipp, nicht zu viel Mehl nehmen. Also wenn man zu viel Mehl nimmt, dann rutscht es. Wenn man zu wenig Mehl nimmt, dann klebt es. Wenn er zu viel klebt, ist er einfach, muss man den Teig einfach noch ein bisschen stehen lassen. Jetzt machen wir den Dreierzopf, das ist eigentlich relativ bekannt. Also wer Mädchen in der Familie hat, hat da bestimmt schon mal einen Dreierzopf in den Haaren geflochten. Genau, einfach hier von rechts nach links und immer über den rüber in die Mitte praktisch. Immer den Äußeren in die Mitte legen. Das ist hier das ganze Geheimnis. So, dann zeigen wir euch das Blech nochmal komplett. So sieht es im Prinzip aus. Wie gesagt, das ist jetzt aus einem Kilo Mehl entstanden. Das ist schon relativ viel, wenn ihr die Hälfte nehmt, habt ihr entsprechend die Hälfte, obwohl man das schon weggebacken bekommt. Wenn ihr den Ofen nicht frei habt, beziehungsweise sagt, Mensch, ich schaffe das gar nicht alles reinzukriegen, könnt ihr auch die Sachen jetzt einfach in den Kühlschrank packen zwischendurch oder einfach in den kühleren Raum. Da kann man diese Gare ein bisschen verzögern. Deshalb ist es wichtig, um mit weniger Hefe zu arbeiten, nicht mit den großen Hefemengen, weil dann explodieren die Teige am Ende. Und so haben wir im Prinzip eine langsame Gare. Wie haben sie denn nochmal vorbereitet? Jule holst du immer das Blech aus dem Garraum. Also die gehen bei uns jetzt eigentlich so in die warme Gare. Ein kleiner Tipp zu Hause, man kann es auf dem Kuchenblech machen. Schaltet beim Backofen nur das Licht an. Dann hat man so ungefähr 30 Grad im Backofen drin. Genau, wie Haare flechten kam gerade. Genauso richtig. Und bei 30 Grad, 35 Grad ist so eine ideale Temperatur. Also Backofen nur Licht anschalten, Tür zu. Denn ist sozusagen auch abgeschlossen. Dann gibt verhautet der Teig auch nicht. Dann funktioniert es super. So, hier sehen wir jetzt mal, wie sich der Volumen nochmal vergrößert hat. Also dasselbe Gewicht, den wir eben hacken. Und jetzt werden wir die backen. Und zwar brauchen wir einmal noch ein Messer. Ja, das ist hier ja schon dran. Also jetzt streichen wir die ab. Also hier haben wir jetzt vorbereitet. Eine Eistreiche ist einfach Eigelb mit Milch. Ungefähr 1 zu 1. Gibt so eine schöne Streiche, dass es einen Glanz gibt und eine Farbe. Aufpassen, wenn man zu viel, also pure Eigelb nimmt, dann wird es relativ schnell dunkel. Dann wird es halt fast schwarz. Und jetzt streicht man den ab. Wichtig ist, dass man schön abstreicht, dass es nicht runterläuft aus dem Papier. Na, die haben jetzt schon wirklich viel Gare. Also hier sieht man, dass die leicht zusammenfallen schon. Die sind jetzt schon ein bisschen sehr reift. Weil den haben wir schon vorbereitet. Also mehr auf keinen Fall. Also hier seht ihr schon, dass es hier ein bisschen zusammenfällt. Das ist eigentlich schon fast zu viel. Und jetzt, den schneiden wir jetzt einfach ein. Dann nehmen wir ein scharfes Messer und schneiden hier einmal durch. Setzen wir noch ein zweites Mal an, dass wir hier so einen Schnitt haben. Und jetzt werden wir die Sachen im Ofen schieben. Binde mal kurz weg. Genau, wir holen jetzt mal die Sachen. Jetzt sagen wir noch was zur Backzeit. Wie gesagt, wir haben hier einen Ofen. Der ist ein Steinbackofen. Der hat eine relativ starke Grundwärme. Der ist ein bisschen mal anders wie ein Haushaltsofen mit einer Umluft. Bei einer Umluft würde ich sagen, geht da so mit 180 Grad dran. Und bei den großen Sachen eher Anfang ein bisschen höhere Temperatur zum Ende fallen lassen. Weil die brauchen einfach länger. Und da muss man sehen, dass die durchgebacken sind und nicht in der Mitte noch glitschig. Also die werden am schnellsten backen. Deshalb ist es auch besser, wenn man die backt, dass die kleinen Sachen vielleicht zusammen sind. Also ich hätte jetzt vielleicht sagen, die drei Sachen aufs Blech getan und die größeren Sachen separat. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Und wenn die Sachen halt zu schnell bräunen und man hat die Backzeit noch nicht erreicht, mit der Temperatur einfach fallen. Und was wir halt machen, holen wir einen Thermometer her. Vielleicht ein kleiner Tipp, wer so einen Fleischthermometer oder so von euch hat. Im Prinzip einfach so einen Thermometer nehmen und die Kerntemperatur bei den Sachen messen. Und wenn es so 92 Grad erreicht hat, dann ist es durchgebacken. Also da ruhig gucken, ob die Kerntemperatur erreichbar ist. Also das macht es hier eigentlich mit so einem Fleischthermometer oder so einem einfachen Digitalthermometer. Gibt es bestimmt irgendwie mal günstig im Angebot. Eigentlich wirklich gut. Holst du mir noch ein Messer, Junge? Dann können wir die nochmal anschneiden, die Sachen. Genau. Wie gesagt, das eine, vorhin kam ja so ein bisschen hier mal die Nachfrage, warum es so dunkel ist. Also das ist natürlich wahrscheinlich was da hinten auf dem Blech auch. Am Ofen, da hat man einen relativen Hitzestau. Da ist es ein bisschen dunkel. Die Sache ist hier doch wirklich perfekt. Und ja, jetzt schneiden wir einfach mal an und schauen mal, wie die innen aussehen. Also hier können wir ja mal die... Mal engst schneiden. Dann sehen wir mal, wie die innen sind. Also hier seht ihr, die sind schön von der Porung her. Die hätten natürlich, ja, könnten noch ein bisschen, teilweise ein bisschen größer von der Porung sein. Aber sieht schon wirklich mal gut aus. Kann natürlich sein, wenn man die wirklich mit der Maschine knetet, dann sind die natürlich noch mal ein bisschen, gehen die vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf. Aber sollte durchaus funktionieren. Dann haben wir hier nochmal das Früchtebrot. Das sieht auch gut aus. Also die Anzahl der Früchte kann man natürlich variieren. Wir haben jetzt 250 Gramm auf ein Kilo genommen. Das ist so eine kleinere Menge. Dafür ist das Produkt noch relativ leicht. Wenn man mehr nimmt, wird es halt schwer. Ein Stollen ist ja artverwandt mit diesem Quebec. Und beim Stollen ist es doch sehr schwer und kompakt. Also da müsst ihr euch die Mengen halt einstellen. Ihr könnt natürlich auch Schokoflock, also Schokostücke nehmen. Das alles, wie gesagt, gar kein Problem. Ja, sind noch Fragen von euch? Vielleicht jetzt zum Abschluss noch? Ja, ich hoffe, dass wir euch ein bisschen weiterhelfen konnten und vielleicht so ein bisschen die Angst vor dem Hefeteig genommen haben. Ich werde vielleicht noch mal die wichtigsten Sachen zum Schluss zusammenfassen. Wichtig ist dieses Hefestück. Hol das nochmal her. Jetzt seht ihr schon, dass das Volumen sich verdoppelt hat. Wir sind jetzt ungefähr so 45 Minuten, 40 Minuten, nachdem wir es angesetzt haben, hat sich das Volumen jetzt wirklich mehr als verdoppelt. Also jetzt können wir schon fast den Teig machen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn halt... Achso, Frage. Wie lang und wie heiß um und unten im Steinbackofen? Da würde ich eher sagen, da ist die Temperatur ein bisschen höher im Steinbackofen als im Umluftofen, weil die Umluft doch anders verteilt. Also wir backen hier bei 180 Grad Obertemperatur und Oberhitze und 170 Grad Unterhitze. Müsst ihr einfach wirklich ausprobieren. Und wie lange haben wir jetzt? Achso, wie lange? Die Backen, die Kleinen würde ich sagen, backen so um die 15 bis 20 Minuten und die Großen haben ungefähr so um die 30 Minuten waren die ungefähr drin. Aber das müsst ihr halt wirklich selber ein bisschen ausprobieren. Nochmal kurz zurück zu den wichtigen Sachen, also dieser Hefevorteig. Dann die Zutaten mischen, die Butter vielleicht erstmal weglassen, weil die sehr schwer ist. Kneten, Zeit lassen, einfach zwischendurch eine Viertelstunde warten, eine halbe Stunde warten, dann wieder mal kneten. So nachts zwei Stunden, ungefähr drei Stunden ist der Teig irgendwie wirklich glatt und geschmeidig. Dann könnt ihr die Sache wiederum unterbrechen, wenn man sagt, okay, packst du in den Kühlschrank, ich warte noch ein bisschen oder mach das über Nacht, bereitet das abends vor, nehmt vielleicht die Hälfte der Hefe nur, pack den nachts in den Kühlschrank und dann nehmt morgens raus und machen wir morgens dann meinen Zopf. Von dem Grundrezept, jetzt ohne die Früchte, kann man halt auch genauso einen Streuselkuchen machen, einen Bienenstich machen, das ist eigentlich so vom Hause aus ja so ein normales einfaches Grundrezept. Wenn ihr euch zu trocken wisst, dann macht da einfach ein bisschen mehr Butter dazu, wenn ihr euch zu schwer ist, einfach ein bisschen weniger Butter. Die Süße stellt da einfach ein mit dem Zucker, das sind einfach so die einfachen Tipps dazu. Ja, wir wären jetzt soweit durch. Ja, danke vor allem unserem Team nochmal für den Support hier. Ja, hoffen, dass ihr euch jetzt über Ostern da ein bisschen beim Backen beschäftigen könnt und das war uns ein bisschen alle von dem jetzigen Thema zur Zeit mit Corona. Ein bisschen ablenken, war jetzt für uns auch ein bisschen eine Ablenkung für die Woche, weil wir haben hier Stressetage hinter uns und ja, morgen haben wir nochmal viel zu tun. Morgen ist nochmal Gründonnerstag, da geben wir für euch auch nochmal alles. Wie gesagt, schaut einfach doch die Sachen euch nochmal an bei YouTube, schickt mir eine E-Mail. E-Mail-Adresse, vielleicht könnt ihr die nochmal einblenden, dass ihr da mir nochmal eine E-Mail schreibt. Ansonsten auch gerne auf unserer Webseite nochmal schauen, bei YouTube. Wer selber doch keine Lust hat zum Backen, ihr könnt natürlich bei uns im Laden auch vorbeikommen, könnt inzwischen auch online bei uns shoppen. Also wir haben so ein paar Sachen im Online-Shop, Brot und Brötchen, könnt ihr auch gerne vorbestellen für den Laden. Wir versenden auch, also das sind unsere neuesten Projekte jetzt in Bezug auf Corona, dass wir da ein bisschen was gemacht haben. Ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Osterfest, viel Spaß beim Backen und ja, wir sehen vielleicht uns im Laden und der eine oder andere Kunde hat, glaube ich, hier auch zugeschaut. Gerne auch mich persönlich nochmal ansprechen für Tipps, wer halt da keine Lust hat, eine E-Mail zu schreiben. Also, Prost dann, viel Spaß, tschüss. Tschüss.